hallo leute matthi von autokitchen ich freue mich dass ihr wieder da seid und begrüße euch auf meinem kanal ja was mache ich heute heute mache ich wieder so eine kleinigkeit vom balkan das nennt sich pura das ist ein klumpig gekochter maisgrieß mit so einer schönen knoblauchsoße ja manch einer läuft vielleicht im supermarkt vorbei und sieht diese päckchen da mit maisgrieß oder polenta ja fragt sich was er damit anfangen soll heute zeige ich euch wirklich ein sehr sehr leckeres rezept aus meiner heimat ja pura ist oder oder maisgrieß ist so ein gericht das ist in osteuropa viel weiter verbreitet als hier im westen die die rumänen kinder zum beispiel als als mama liga bei uns heißt das pura oder polenta es ist kostengünstig lang anhaltend sättigend hat sehr viele komplexe kohlenhydrate das ist ja eigentlich eine arme leute essen ja das wirkt auch bei mir so ein bisschen kindheitserinnerungen ich bin damit aufgewachsen bei uns gab es sehr sehr oft pura außer monatsende da gab es manchmal ein paar tage gar nichts ja heute zeige ich euch die deluxe version des gerichtes ich mache nämlich noch ein paar schafskäse würfel und petersilie mit rein und da ja fangen wir einfach mal an auch mal an Amen. 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 So, dann werde ich mal probieren. Ich meine, keine große Überraschung. Ich weiß ja, wie es schmeckt. Sehr, sehr lecker. Ja, wie gesagt, Puder esse ich total gerne. Ja, vielleicht wollt ihr es mal nachkochen. Muss ja nicht sein, was mir schmeckt, dass es euch auch schmeckt. Ja, ich finde Puder gehört in die Kategorie Essen. Super einfach und trotzdem lecker. Ja, wie geht das denn? Ja, es geht. Tatsächlich. Ja, das war wieder so ein klassisches Balkanrezept heute. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder zugeschaltet, Leute. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, Mati verfolgt und vielleicht auch das eine oder andere Video mal teilt. Ja, und aktiviert irgendeine Glocke auf dem Kanal. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber wie gesagt, aktiviert die Glocke. Andere sagen das auch. Ja, ansonsten haut rein, Leute. Macht's gut. Euer Mati. Ja.